So funktioniert Roblox. Roblox ist ein Videospiel. Du brauchst einen PC, um Roblox zu starten. Öffne Google und gib Roblox ein. Dann öffnet sich das Roblox Hauptmenü. Im Roblox Hauptmenü kannst du Spiele in die Suchleiste eingeben, z.B. Zugsimulator. Es öffnet sich das Spiel Zugsimulator. Beim Zugsimulator kann man sich die Züge, die Gleise, den Start mit dem Ziel auswählen. Hier habe ich den DHL Zug ausgewählt. Nun kann das Spiel beginnen und man muss die Ladung sicher zum Ziel bringen. Bei Roblox kann man noch viel weitere Spiele ausprobieren und auch selber entwickeln, aber das ist nicht so einfach. Roblox ist ein sehr cooles Spiel. Man kann kreativ werden. Jeder, der es ausprobiert hat, will es immer wieder spielen. Wer doit wohl suchen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.